Eine weitere Übung für die Aktivierung der Muskelpumpe ist die Wadenmuskelpumpe im Stehen. Vorteil, die kann ich überall machen, wenn ich zum Beispiel im Supermarkt an der Kasse stehe oder ich muss auf den Bus warten oder ich telefoniere, habe den ganzen Tag lange gesessen, die Beine sind schwer. Dann ist es wichtig, die Muskulatur zu aktivieren, weil mit Hilfe der Muskulatur der venöse Rückstrom verbessert wird. Das heißt, jetzt kann das sauerstoffarme, verbrauchte Blut wieder zurück zum Herzen gepumpt werden, indem Sie im schulterbreiten Stand hoch auf den Fußballen gehen und wieder runter. Wenn Sie möchten, können Sie wie bei der sitzenden Fußwippe auch wechseln. Das heißt, wenn Sie auf den Fußballen hochgegangen sind, auch zurück auf die Ferse gehen, also auch im Stehen wippen. Und wenn Sie dann noch Lust haben, weiter zu üben, dann können Sie auch einige Schritte mal auf dem Fußballen durchs Wohnzimmer laufen. Genauso auch im Fersenstand durchs Wohnzimmer laufen. Und wenn Sie so jeden Tag nur ein paar wenige Minuten üben, verbessern Sie so schon zu einem enorm großen Teil Ihre Blutzirkulation. Vielen Dank. Vielen Dank.